Das ist Angelika. Angelika ist Ärztin. Was hat Angelika letzte Woche gemacht? Sie hat Patienten untersucht und sie hat den Patienten geholfen. Das ist Max. Max ist Rechtsanwalt. Was hat Max letzte Woche gemacht? Max hat seine Klienten vertreten und er hat viel telefoniert. Das ist Martina. Martina ist Informatikerin. Was hat sie letzte Woche gemacht? Sie hat programmiert und sie hat gespielt. Und das ist Emma. Emma ist Krankenschwester. Was hat Emma letzte Woche gemacht? Sie hat kranke Menschen versorgt und sie hat Untersuchungen gemacht. Und das ist Martin. Martin ist Lehrer. Martin hat letzte Woche unterrichtet und er hat viele Schüler begleitet in der Schule. Danke.